Was geht, alles gut? Ja, natürlich. Ja, ich war mir hier. Okay, cool. Was machst du so? Ja, ich bin zu Hause. Oh, okay. Warst du oft Arbeit oder warst du unterwegs? Arbeiten. Ah, okay, schön. Und was machst du so? Arbeiten. Ja, was ist das für Tätigkeit, die du machst? Tja. Ja, erzähl mal. Hast du es? Äh? Als was? Als was machst du? Hallo? Hallo, Schatz, was geht? Alles, was beide haltet, nicht im Rollstuhl sitzt. Okay, und sonst so? Also, hörst du auch. Wie warst du das? Ja, ich war nicht gerade. Was machst du so? Hallo? Hallo? Joe, mach mal die Tür auf, bitte. Heißer Ball. Hallo. Es hat nur was schon. Der liegt, ey. ausgewählter Frucht, der Nuss. Ausgewählter Frucht, der Nuss. Auch die Lvery Nuss! Oh mein Gott, wie sie das sind. Mango haben, Mango ist voll lecker. Mango haben, Mango ist voll lecker. Hallo? 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 Hallo, was ist gut? Oh, wie hast du das gekostet? Was geht? Was geht? Ach. Oh, ey. Hallo? Hallo? Wie geht's dir? Geht's dir gut? Ja, Tim. Oh, cool, danke. Was machst du? Gott sei. Hallo? Hallo? Was machst du? Ich bin gekommen. Was machst du? Ich bin gekommen. Wer? Hallo? 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 Hallo, Schatz, was geht? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie machst du? Okay. Ja, das gefällt dir, ne? Und woher kommst du so? Hm. Schau mal, ich muss jetzt meinen Joghurt essen. Wie? Ich muss jetzt meinen Joghurt essen. Ach, einen Joghurt? Was ist denn ein Joghurt? Ein griechischer. Ein griechischer Joghurt? Ein griechischer Joghurt? Bist du griechischer oder was? Ich bin eine griechischer. Griechischer bist du, okay. Mhm. Ich war schon mal da. Wohl dich nicht. Du hast da nie da? Ja? Warum nicht? Kein Padda. Kein Padda? Warum hat's kein Padda? Ja? Warum hat's kein Padda? Warum hat's kein Padda? Hm? Hm? Und dann hat er... Ich bin geboren. Ey, mit geboren, was geht ab? Aaaaaaah! 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 Hallo? Aaaaaaah! Hallo? Hallo? Was geht? Nichts bei dir? Auch nicht. Was machst du so? Nichts. Du? Auch nicht so. Wo kommst du her? Ähm, Bremen. Ach was. Gut. Wirklich aus Bremen direkt? Ja. Du? Bist ein Nachbarn. Cool. Ja, aus Hannover. Mhm. Ja. Nicht weit von uns. Was? Nichts weit von uns. Ja. Ja. Vielleicht kann man sich ja treffen. Ja, könnte man. Könnte man, auf jeden Fall. Ich komm zu dir oder... Wie alt bist du? Oder du zu mir. Wie alt bist du? Wie alt schätzt du mich? Keine Ahnung. 16 oder 18 oder so. Genau. Und wie alt bist du? Nee, sag jetzt nur. Wie alt bist du? Ja, eins von dem, was du gesagt hast. So alt bin ich. Und wie alt bist du so? Äh, 17. 17, okay. Ich bin 18. Okay. Ja. Hast du gut gegraten. Mhm. Ja. Und was für Landstrauub ist du so? Wie bitte? Landstrau. Nationalität. Ähm, Latina. Latina? Oh, göttlich. Ja. Oh, Hammer. Du? Ja, leider kein Latina. Äh, Latino. Ich bin auch. Und das denn? Warum das denn? Aber ich bin auch so dunkelhäutig. Jawohl, da kommst du. Ich komme aus Afghanistan. Okay. Aber ich bin hier geboren in Deutschland. Okay. Ja, genau. Ich liebe Latinos, äh, Latina Frauen. Wie bitte? Ich liebe Latinos, äh, Latina Frauen. Ich auch. Ja, das war mir klar. Ja. Und in welcher Richtung von Latina bist du? Kommst du so aus Dominikanischen? Oder kommst du, ähm... Mexiko. Ach, Mexiko. Ah, okay. Schön. Also, bist du Mexikanerin oder was? Ja, also, ich bin halb Mexikanerin und halb Ecuador. Ach, was. Richtig gemischt bist du, ne? Jaaa. Boah, das liebe ich. Den mag ich. Auch. Oh, Hammer. Da muss doch schon schlank sein, gut aussehend. Ja. Okay. Was sind meistens so, die gut aussehen, die Latino und Latina? Mhm, das weiß ich. Ja, genau. Ja, genau. Das weiß ich. Das ist auch gut so. Aber es gefällt mir. Ja? Ja, erzähl mal. Was machst du so? Also privat? Gehst du feiern? Oder? Machst du arbeiten? Äh, ich geh schon arbeiten. Okay. Und was machst du? Ähm, Kfz. Ja. Ach so, das gefällt doch noch. Du reparierst Autos und so, oder wie? Ja. Mit den Latzhosen und so, laufst du runter. Ja. Oh nein. Dann machst du deine Hände, deine Finger dreckig und so, oder wie, oder was? Ja, natürlich. Oh, ernsthaft? Wirklich? Ja. Ach so. Und auch dein Gesicht, wenn du Öl bekommst auf dem Gesicht, dann passiert das auch, dass du in dein Dreck gefühlst, oder so, ne? Ja, das ist mir egal. Ach was. Du bist ja ne... Okay. Ne, das wär jetzt nicht so meins. Ich mag keinen Job, wenn man dreckig wird. Äh, Geschmackssache. Genau. Ich mag Jobs, so feiner Jobs, so, wenn man nicht dreckig wird, so. Okay. Ja. So, so mit Kunden oder so, oder halt. So im Einzelhandel. Als was arbeitest du? Ich bin im Einzelhandel so tätig. Okay. Ja, genau. Ich bin groß und fein. Ja, so ist das. Hast du noch Geschwister oder so? Ja. Viele? Äh, drei. älter, jünger? beides also bist du so dazwischen, in der Mitte oder was? äh, ja ok, hast du Bruder, Schwester oder nur Schwester oder Brüder? ähm, zwei große Brüder und eine kleine Schwester ach, seid ihr zu viert oder was? ja ach, was ok, und wie jetzt sind deine Brüder? ähm, siebzehn und einundzwanzig ach so, seid ihr eine Zwillinge? also, zwilling so? also, ich hab nen Zwillingsbruder, aber ach was, das ist ja cool mhm und wer ist älter von euch? ja ach, ihr habt viele Minuten? äh, ne halbe Stunde oh, krass ok ok aber seht ihr euch ähnlich oder nicht so wirklich? es geht, ein bisschen ein bisschen, woran ähm, kann man sagen, dass ihr euch erkennt? also, ergänzt oder so? oder, was ist so, die Ähnlichkeit bei euch? es sind halt nur die Haare und die Augenfarbe sonst nicht so wirklich, was? nicht so Gesicht, Nase, Ohren, irgendwie sowas? nö oder die Händen oder, keine Ahnung nö ok ah ok, cool, ah super schön und mögt ihr euch? also, so, Bruder und Schwester so? oder seid ihr so auch ein bisschen auseinander? oder versteht ihr euch nicht? doch, wir haben ein gutes Verhältnis ja, das ist gut, das ist super das ist schön na, gut ja so muss es immer sein, klar mhm ah, geil, Hammer ja, was für Glück du hast, dass du einen Zwillingkruder hast ja, klar hey hey hi hallo hi wer bist du? was machst du? nix was? hallo 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 oh, ich hab die Nummer hallo hi was geht? heisst du Ricardo? ja ja ja, ok cool, weil ich suche nämlich einen Ricardo und der soll ja auf Base-Set sein angeblich ähm ja, heisst du Ricardo? ja, ne? woher kommst du? genau ja, das weißt du noch nee, weiß ich nämlich nicht nee, ok was hast du gedacht? äh, was hast du so verstanden bis jetzt? was hat der so erzählt? ja warte, der wahre, echte, reale Ricardo hat gerade meinen Stream geschrieben die meinte, nein, er lügt was bist du für ein Lügner? warum lügst du Mädchen an? ok ja, du bist gerade in meinem Stream drin und du willst mal hallo sagen ach ja, Nina, danke für die Herbstance ach, ich bin jetzt live oder was? ja, du bist gerade live in meinem Stream, wenn du Line Live hast oder YouNow oder sonst noch was, dann kannst du mir auch gerne folgen ach, hallo Leute, was geht ab? alles gut ja, gleich ist YouNow on Lifeline und so weiter ha 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 danke für die Herbstance ach, Line Live, YouNow, Facebook, Instagram ja, sowas alles habe ich auch, ja, ja ja, ja, mhm, ok warte mal, warte mal, ich gebe noch was ich gebe noch was, wo du live gehen kannst äh, Periscope oder Live-Me, kannst du auch live gehen, dein Trefon-Chat machen ach kennst du Periscope oder, 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 oder Live-Me? ne da kannst du auch live gehen und dann auch ein Trefon-Chat, so wie du gerade jetzt machst, über Lifeline und so weiter ok, aber, ne, sag mal ehrlich, woher kommst du? ich komme aus Niedersachsen also Niedersachsen? aus dem Norden so ok ja ihr anruft, gehalten b b b b b b b hallo hallo wie geht gut, und dir? Hey, Hände zu, 2-1-2, Mr. May. Hallo. 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 I hear a mother. Okay. Ich bin hier aus dem deutschen Space. Hallo. 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 Was geht? Alles klar? Ja, war dir auch alles klar? Hallo. Hallo. Hallo, Mann, Schatzi. Hm? Ah. Hä? Hä? Was ist los? Noch was ist los hier. Es wird freundlich. Hallo. 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 Ich bin auf der Stelle... Hallo. Hans. Hallo? Kannst du singen? Hallo? Kannst du singen? Was geht? Was? Kannst du singen? Kannst du singen? Ja. Sing mal. Nö, sing du. Du hast auch gesagt, dass du singen kannst oder sing? Ich kann auch singen. Ja, dann sing. Was? Ja egal, was du kannst. Gut, ich singe und dann singe ich auf Tama. Ja, wie du willst. Tama, sing den Bude, den... Nein, warte. Sing weiter, es war schön. Kannst du türkisch? Nie, aber hört sich gut an, was du singst. Mama, nochmal, also weiter. Kannst du türkisch sagen? Ich habe gesagt, nein. Also sing trotzdem weiter, wo du aufgehört hast. Ne, ja, 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 ja. 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 Hallo? 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 Oh, Mann, das geht gar nicht. Oh, Mann, das geht gar nicht. Vielen Dank.